es braucht 0,5 und das hier braucht auch ebenfalls 0,5 also müsste es ja eigentlich mit zwei Gitarren sein wenn ich richtig rechnen kann nein ich öffne jetzt nicht Skype denn schon schmiert doch bestimmt wieder Hacksetup, das weiß ich doch jetzt das weiß ich jetzt schon und dann würde ich sagen machen wir noch eine Spitzhäcke aus irgendwas aus Müh hier mann Mühlen Mühlen oder so keine Ahnung kann ich immer wie man es ausspricht so dass noch überall was drin eigentlich kann ich das doch eine letzte Mal nach unten bringen ins Lagerchen Baumhöchenskelett what the shit ist hier oben los wapel wapel ausweichen ja ok die Spinnen sind ganz oben da habe ich noch nicht ausgeleuchtet ich voll haunke so der ganze Krusch der kommt jetzt mal hier rein dann das Holz das Plus Dix so jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz ich schlaf kurz lalalalalala lalalala so da hängt nicht ein Zombie, den treffen wir nein ok ist egal so 1,2,3 1,2,3 so es dürfte nichts mehr drin sein perfekt so 1,2,3 ok ich hoffe das stimmt jetzt äh hier ein ich weiß nicht wie ich sage wie ich jetzt gemacht ich glaube das ist hier oder ja wo ja wo ich glaube das ist hier oder das kann ich jetzt auch noch umbinden lala lalal das heißt echt lala nee lass ich longsword das ist das Ding alumidsword habe ich jetzt den alumidsword reinforced ok lol lol ich möchte nicht testen wieviel Schaden das macht komm mal her Zombie 6 könnte mir noch ein bisschen aufpeppen und sonst geht alles in Ordnung so da äh ist nichts mehr drin also machen wir es mal so das sieht jetzt geil aus bestimmt naja ok geht und da mach ich dann das hin und das hin so passt alles das dauert wahrscheinlich ewig ja gott ähm was kann ich warte kann ich die eigentlich verzaubern ah warte ich kann die doch nein nie kann ich die nicht hier verzaubern bitte stürzt nicht ab äh ok ich kann die da gar nicht reinlegen ok gut ähm dann müssen wir es anders lösen und zwar mit dem Buch und zwar äh falsches Buch mit dem Buch natürlich äh wo ist es denn hier extra durability ok okay mining level increase to level 3 so each redstone dust increased mining speed by at 5050 the boost is making a wood axe to the speed to iron not useful on weapons ok ok the tool slowly repairs itself sunlight speed up the process ok smelt blocks as the set mobs on fire for sin ah stack the luck not compatible with silky touch wahrscheinlich what the shit what the shit ok was bringt das luck ne braun sharpness oh set enemies every 5 powder adds another second to the flame heals the player every time a monster is attacked oh lol was bringt das extra knockback to the tool ne knockback will ich nicht äh beheads mobs enemies drop their head ass ne braun ich auch nicht das extra damage to spiders und das extra damage to undead heavy steh ich nicht ganz ok wir nehmen das nicht das nicht nein 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 heals the player heals the player heals one heart per bone what ach so ähm powder was war das das ist auch noch repairs itself aus ah warte warte da hat man doch neater star kann man den kann man den craften Nethos Nethos da kann man nicht kraften, äh Quatsch hier oh Gott Turm of Alka heißt okay, vergiss es was ist das ähm dann würde ich sagen, nehmen wir das ist ein Skelett das muss ich wieder ganz durch nehmen wir ähm Quatsch das Powder und den schwarzen Knochen Gott so okay, was ist, jetzt muss ich noch Bauen, scheiß Mikro Bauen hier Bauen wie 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 craftet man denn Wut d Bauen 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 tool was ist ne ne Crotted bone ach so, das habe ich nicht das ist vom Witter aber sich geht's Witter jagen oh ja, gehen wir bitte okay, wir gehen kurz in den Netho kurzen Ausflug ganz kurzen Ausflug äh nein Lisa, ich bin grad nicht da äh äh alter so kann ich mir eigentlich hier auch ähm irgendeine Markierung setzen äh äh nicht Teleport zu einem Mark äh äh Wut du shit äh 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 äh